Ganz egal, wo du gerade bist. Sieh dich um und du wirst wahrscheinlich hunderte Produkte sehen, die produziert worden sind, um uns, unser Leben, etwas zu erleichtern oder zu verschönern. Das können Bücher, deine Kleidung, ein Fernseher oder zum Beispiel Sportsachen sein. Jedes einzelne Produkt wird produziert und durchläuft viele Phasen im Herstellungsprozess, bis es bei dir landet. Schauen wir uns diesen Prozess an einem so einfachen Produkt wie dem Tisch an, an dem du vielleicht gerade sitzt. Na gut, damit ein Tisch erzeugt werden kann, braucht es Rohstoffe. Bei einem klassischen Tisch wird das Holz sein. In einem ersten Schritt muss also ein Holzfäller einen passenden Baum finden und fällen. Der Baum muss abtransportiert und weiterverarbeitet werden. In einem Sägewerk entstehen aus dem Baumstamm Bretter, aus denen eine Tischlerin dann einen Tisch bauen kann. Schon lange werden die meisten Tische in Fabriken gefertigt. Durch technologische Fortschritte ist es möglich, Tische in hoher Qualität und in großen Mengen zu erzeugen. Dadurch werden die Tische günstiger. Noch ist der Tisch aber nicht bei dir in deinem Zimmer. Der Tisch muss erst im Handel angeboten werden, wo du ihn aussuchen und mitnehmen kannst. Du siehst also, die wirtschaftlichen Aktivitäten, die hinter einem einzigen Produkt stehen, können ganz schön umfangreich sein. Fassen wir diese Aktivitäten nochmal zusammen, indem wir sie den wirtschaftlichen Sektoren zuordnen. Im ersten primären Wirtschaftssektor werden Rohstoffe gewonnen. Das macht zum Beispiel unser Holzfäller, ein Bergarbeiter oder ein Landwirt. Die im primären Sektor gewonnenen Rohstoffe werden im sekundären Sektor weiterverarbeitet. Das kann ein klassischer Handwerker wie unsere Tischlerin oder, wie schon lange üblich, ein Industriebetrieb sein. Dort werden zum Beispiel eben Möbel, T-Shirts oder Autos in großen Mengen mit Hilfe von Maschinen und Robotern hergestellt. Von Industrie spricht man, wenn einander ähnliche Produkte in großen Mengen produziert werden. Der tertiäre Sektor umfasst alle Dienstleistungen, die in der Volkswirtschaft erbracht werden. Der Händler, bei dem du deinen Tisch kaufst, oder ein Steuerberater, der die Buchhaltung macht, erbringt eine Dienstleistung und fällt dadurch in diesen Sektor. Ein typisches und vor allem für Österreich sehr wichtiges Beispiel für den tertiären Sektor ist auch der Tourismus. Unser Tisch durchläuft also alle drei Sektoren, bevor er wirklich bei uns ist. Zuerst wird ein Baum gefällt, dann der Tisch aus dem Holz produziert und schlussendlich wird er gehandelt. Beachte, wie der Tisch oder was zu unserem Tisch werden wird, in jeder Phase etwas mehr wert wird. Der Tisch im Handel ist mehr wert als der Tisch direkt aus der Fabrik und dieser ist mehr wert als das ursprünglich verwendete Holz. Für viele Jahrhunderte arbeiteten die meisten Menschen im primären Sektor. Es gab zum Beispiel viele Landwirte, die hart arbeiten mussten, um genügend zu essen zu haben. Durch Fortschritte in der Landwirtschaft mussten im Laufe der Zeit immer weniger Menschen im primären Sektor arbeiten, trotz höherer Wertschöpfung. Die Wertschöpfung im sekundären Bereich, etwa durch Handwerker, wurde immer wichtiger. Durch technischen Fortschritt und das Aufkommen der Industrie wurde die Herstellung der Produkte im sekundären Bereich immer effizienter. Heute arbeiten zwar weniger Menschen im sekundären als im tertiären Bereich. Dazu kommen wir noch. Doch die Wertschöpfung ist durch die effiziente Arbeitsweise sehr hoch und wichtig. Durch diese Entwicklungen im primären und vor allem sekundären Bereich wurde eine notwendige Basis geschaffen, dass mehr und mehr Menschen im tertiären Sektor arbeiten können. Also, die drei Sektoren bauen aufeinander auf. Es ist wichtig, dass diese gut zusammenarbeiten, um uns mit Gütern und Dienstleistungen in ausreichender Menge und Qualität versorgen zu können. Das ist wichtig, dass diese gut zusammenarbeiten, dass die Menschen im Moment nicht mehr so hoch und 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 nicht mehr so hoch. Das ist wichtig, dass die Menschen im Moment nicht mehr so hoch und nicht mehr so hoch.